Mein Team würde ich als völlig durchgeknallt, kreativ, aber sehr professionell beschreiben. Sich am Anfang im Unternehmen zu etablieren, seinen eigenen Herausforderungen gerecht zu werden und sich dann neue Ziele zu setzen und diese zu erreichen. Für Apple, weil die Werbesports-Werbeclips von denen immer extrem cool sind und ich die gerne mal produzieren würde. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.